Ich sehe nur diese eine Ecke, ja. Da muss gleich noch einer kommen, da läuft einer. Ja, da ist er, da ist er. Einer kommt in unser Haus rein. Ist tot. Shit. So Leute, wir sind es, der Markson-Kanal GameCorp und... Der Yogo. Machen wir schon wieder eine Runde. Plan und Spellgrounds sind hier mal in Pochinki abgesprungen. Äh, haben wir ein bisschen länger... Ah, sind wir überhaupt schon mal in Pochinki in dem Video abgesprungen vorher? Glaub nicht, oder? Nee, wir sind nur mal gestorben. Ja, ey, ich meine, äh, das Server ist abgestürzt. Lol. Nix auf die Treppe. Bei mir ist ein Gegner. Hab mal ausgenockt. Der ist hier, Rest von dir. Mach den da und ich muss hoch und nicht heilen. Hab den anderen gekillt. Oh, sehr schön. Links Auto. Direkt close. Ja, jetzt hör's auf. Einer ist ausgenockt. Fahrer ist ausgenockt. Nice. Ja, die Mini, die verzieht's halt kaum. Damit kann man schon was schon mal machen. Ich renne direkt hin. Ja, mit einem Rotpunkt logischerweise. Also ohne Visier wäre das ein bisschen lucky gewesen. Shit. Okay, beide tot. Nice. Äh, hast du auch Platz in deinem Rucksack? Nee, oder? Äh, nee. Okay, war da muss ich halt ein paar Rotpunkt-Visierer ablegen. Brauch ich ja draußen nur die alle. Ja. Keine Ahnung, ich bin so messy. Wollte ich gerade sagen, Alter. Der Rotpunkt-Messi, Alter. Westen, komm, Moppet angefangen. Der ist, der ist, der. Ja. Hab ihn. Tot, 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 tot. Ah, äh, über uns, direkt hinter uns. Läuft gerade einer einen Berg runter. Der ist jetzt auf dem Berg wieder da oben. Selber Spot. Schaut hier runter. Ausgenockt. Ist tot, ist tot, ist tot. Da ist wieder dort selber Spot. Ist dem sein Mate gerade entlang gelaufen. Der ist immer noch dort. Ich schieße. Der ist hinter einem Baum, hinter einem fetten. Hat zwei Hits. Äh, der läuft weiter nach links. Siehst du den? Ja, warte. Kannst du draufschießen? Ist tot. Oh, fuck. Ich dachte, ich hätte ihn getroffen. Ja, du hast ihn getroffen. Aber ich habe eine Millisekunde vorher getroffen. Sorry. Schau mal in die andere Richtung. Komm zu mir. 300 Nordwesten. Bei dem einen Dacia liegt einer. Kannst du dem vielleicht einen Header geben? Und einen Countdown machen? Siehst du den da liegen und kriechen? Nordwesten. Zwischen 300 Nordwesten. Der liegt dort und kriecht dort. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Mann, kann dann... Nein, warte, warte, warte. Jetzt geht er gerade hinter einem Baum. Ja, ja. Ah, fuck. Wir wurden angestritten. Und wo ist die Frage? Ein Plan von wo? Ich glaube von vorne links. Also wo er lag, weiter links. Scheiße, Alter. Richtig schlechtes Timing gerade. Ich schieße auf den Typ, den wir gerade twitten wollten. Der ist ausgenockt. Nice. Wie meinst du auf dem anderen Haus? Der am Baum. Der ist jetzt tot. Da, wo wir einen Countdown machen wollten, um auf den zu schießen. Noch neun Stück am Leben, Dude. Wird es wieder ein Chicken Dinner? Ich glaube, die werden gerade beschossen. Ja, das hört sich so an. Der eine hat sich gezeigt. Einer ist ausgenockt. Wo? Links, rechts? Äh, links. Du siehst es vielleicht von deiner Richtung aus nicht. Ja, ah. Doch. Wir sehen. Da war krass. Oh mein Gott. Äh, schau weiter in die Richtung. Die müssen da jetzt laufen gleich. Wie auch immer da noch ist. Ich sehe nur diese eine Ecke, ja. Da muss gleich noch einer kommen. Da läuft einer. Ja, da ist er. Da ist er. Einer kommt in unser Haus rein. Ist tot. Shit. Äh, wie viele Granaten hast du? Drei. Ich auch. Ah, da ist einer am Baum. Süden. An dem einen Baum. Der kriegt da jetzt gerade runter. Ist tot. Scheiße, wir haben noch ein Team vor uns, glaube ich. Achtung, Achtung. Zurück. Hinter uns. Hinter uns. Ich wurde zeitlich schon an der Pfanne getroffen. Ja, ich habe es gesehen. An der Pfanne getroffen. Der ist 105 Osten. An dem einen dünnen Baum. Ich meiste eine Nade hin, würde ich sagen. Komm, wir haben gerade Nade von dem geflogen. Der hat die ganz gut getroffen. Leider. Shit, eine Nade kommt fucking gut. Ah, shit, ich bin fast tot. Ich muss, ich muss. Ich schreckst du dem einen Baum. Nee, chill, 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 chill. Ah. Ja, bevor die Zone kommt. Die kommen 14 Sekunden. Ja, die müssen ja auch laufen. Ja, gut, dann, wenn du da schon mal in der Position, wenn du die Position einnehmen kannst, ist es perfekt. Weil die beiden sind dort. Dann haben die einen hinter sich und einen vor sich. Auf mich wird gerade geschossen, aber ich weiß nicht von wo. Von hier. Sehr schön, Alter. Nice, gut abgelenkt. Du bist richtig fucking gut abgelenkt, Alter. Die lagen da beide im Gras und haben geschossen. Erste Runde zusammen am Tag, Leute. Mal wieder. Wir hoffen, wie immer, es hat sich gefallen. Lasst eine Bewertung da, ein Abo wäre auch. Neuestens sehen wir uns in der nächsten Runde. Playern uns Battlegrounds. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.